Bei allem, was hier gerade passiert, denke ich, wir sollten unsere Beziehung auf die nächste äußerst intime Stufe bringen. Er will, dass ich seine Tracking-App-Anfrage annehme. Die cleverste Lösung, wenn hier ein Möchtegern-Killer rumläuft. Tu das nicht, Liv. Ihr rennt ein Psycho rum. Du solltest schwerer zu finden sein. Social Media löschen, die Kamera abkleben, GPS deaktivieren. Ah ja, vielen, vielen Dank, Edward Snowden. Deine Mutter hat mich gerade zu dem versuchten Mord an Terror befragt. Das war echt lustig. Ich bin sicher, sie befragt jeden. Ich meine, Ghostface ist zurück. Die Presse sagt noch nicht Ghostface. Meine Mom will keine Panik. Die wird's aber geben nach dem zweiten oder dritten Mord.